Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Kapitel 22, die Erlösung und die heilige Beziehung. Nummer 1, die Botschaft der heiligen Beziehung, Teil 1, Seite 469 bis 471. Lass die Vernunft noch einen weiteren Schritt tun. Wenn du den angreifst, den Gott heilen möchte und den hast, den er liebt, dann haben du und dein Schöpfer einen verschiedenen Willen. Wenn du jedoch sein Wille bist, dann musst du folglich glauben, dass du nicht du selbst bist. Das kannst du in der Tat glauben und du tust es. Und darauf setzt du deinen Glauben und siehst viele Beweise zu dessen Gunsten. Und woher, fragst du dich, stammen wohl dein sonderbares Unbehagen, dein Gefühl der Unverbundenheit und die quälende Angst vor dem Bedeutungsmangel in dir. Es ist, als seist du ohne jeden Plan hergekommen, außer um wieder fortzugehen, denn nur das scheint gewiss. Indessen hörten wir schon früher eine ganz ähnliche Beschreibung, wenn auch nicht über dich. Aber dennoch denkst du, du seist diese seltsame Idee, die dort akkurat beschrieben wurde. Die Vernunft würde dir sagen, dass die Welt, die du mit Augen siehst, die nicht die deinen sind, für dich gar keinen Sinn ergeben kann. An wen würde solch ein Sehen seine Botschaft zurücksenden? Sicherlich nicht an dich, dessen Sicht gänzlich unabhängig ist von den Augen, die die Welt betrachten. Wenn das nicht deine Schau ist, was kann sie dir dann zeigen? Das Gehirn kann nicht deuten, was deine Schau sieht. Das würdest du verstehen. Das Gehirn deutet für den Körper, dessen Teil es ist. Doch was es sagt, das kannst du nicht verstehen. Und doch hast du darauf gehört. Lange und angestrengt hast du versucht, seine Botschaften zu verstehen. Du hast nicht gemerkt, dass das unmöglich zu verstehen ist, was nie und nimmer dich erreichen kann. Du hast gar keine Botschaften empfangen, die du verstehst. Denn du hast auf das gehört, was niemals überhaupt kommunizieren kann. Bedenke also, was geschieht. Dass du verleugnest, was du bist und fest daran glaubst, etwas anderes zu sein, wird dieses Andere, das du dazu gemacht hast, du zu sein, zu deiner Sicht. Doch muss es dieses Andere sein, das sieht und dir, als nicht du, seine Sicht erklärt. Deine Schau würde das natürlich völlig unnötig machen. Wenn aber deine Augen geschlossen sind und du dich an dieses Ding gewandt hast, dass es dich führe und es bittest, dir die Welt, die es zieht, zu erklären, dann hast du keinen Grund, nicht zuzuhören oder zu vermuten, dass das, was es dir sagt, nicht wahr ist. Die Vernunft würde dir sagen, dass es nicht wahr sein kann, weil du es nicht verstehst. Gott hat keine Geheimnisse. Er führt dich nicht durch eine Welt des Elends und wartet darauf, dir am Ende der Reise zu sagen, warum er dir das antat. Was könnte denn geheim sein vor dem Willen Gottes? Und dennoch glaubst du, Geheimnisse zu haben. Was könnten deine Geheimnisse anderes sein, als ein anderer Wille, der dein eigener ist, losgelöst von seinem? Die Vernunft würde dir sagen, dass das kein Geheimnis ist, das man als Sünde verstecken muss. Ein Fehler wohl. Lass deine Angst vor Sünde sie nicht vor der Berichtigung beschützen, denn der Reiz der Schuld ist nur die Angst. Hier ist das einzige Gefühl, das du gemacht hast, was auch immer es zu sein scheint. Das ist das Gefühl der Heimlichkeit, der privaten Gedanken und des Körpers. Das ist das einzige Gefühl, das sich der Liebe widersetzt und immer zu einer Sicht von Unterschieden und dem Verlust der Gleichheit führt. Hier ist das einzige Gefühl, das dich blind hält und abhängig von dem Selbst, von dem du denkst, du habest es gemacht, damit es dich durch die Welt führe, die es für dich gemacht hat. Deine Sicht ist dir zugleich mit allem anderen, was du verstehen kannst, gegeben worden. Du wirst keine Schwierigkeit wahrnehmen, das zu verstehen, was diese Schau dir sagt, denn jeder sieht nur das, was er zu sein glaubt. und das, was deine Sicht dir zeigt, wirst du verstehen, weil es die Wahrheit ist. Nur deine Schau kann dir das übermitteln, was du sehen kannst. sie erreicht dich direkt, ohne dass sie dir gedeutet zu werden braucht. Was eine Deutung braucht, muss fremd sein. Auch wird es niemals verständlich gemacht werden können von einem Deuter, den du nicht verstehen kannst. Von allen Botschaften, die du empfangen und nicht verstanden hast, steht dieser Kurs allein deinem Verständnis offen und kann verstanden werden. Dies hier ist deine Sprache. Du verstehst sie nur noch nicht, weil deine ganze Kommunikation wie die eines Säuglings ist. Die Laute, die ein Säugling von sich gibt und die er hört, sind höchst unzuverlässig und bedeuten für ihn Verschiedenes zu verschiedenen Zeiten. Weder die Laute, die er hört, noch die Anblicke, die er sieht, sind schon stabil. Doch was er hört und nicht versteht, wird seine Muttersprache sein, in der er mit denen kommunizieren wird, die ihn umgeben und sie mit ihm. Und die seltsamen und wechselhaften Gestalten, die er um sich sieht, werden seine Tröster für ihn werden und er wird sein Zuhause erkennen und sie dort bei sich sehen. Und sie dort bei sich sehen.